Willkommen zurück, Leute, zu Mario Kart 8. Wir befinden uns im siebten Part und 150 CCM wird weitergemacht. Ich nehme heute mal die Kombi, die ich gestern so im Online-Spiel für mich herausgefunden habe, dass sie geil ist. Und zwar soll sie auch laut Mario Kart 8 Wiki gut sein. Der Turbo-Flitzer, Standard-Reifen, da kann man was Besseres machen, aber das ist von der Lenkung her für mich sehr gut. Und der Vario-Gleiter. Damit fahren wir den Special Cup und ich bin guter Dinge, ich bin sehr guter Dinge, dass das eine richtig krass gute Leistung wird. Also erster Platz locker, drei Sterne, wahrscheinlich auch. Doch, doch, das sollte, das sollte soweit machbar sein. Erste Strecke ist eine sehr, sehr, sehr geile Strecke, die Wolkenstraße, oder? Habe ich mir das jetzt schon wieder eingebildet? Ja, die Wolkenstraße kommt als erstes. Die ist auf jeden Fall sehr geil und die Musik ist ein Traum aus Super Mario Galaxy hier. Das ist auf jeden Fall richtig schön. Da müssen wir hinhören, weil das ist das beste Lied aus Mario Galaxy, meiner Meinung nach. Das erkennt man zwar die meiste Zeit über nicht, aber wobei doch, so ein bisschen schon. Und ich fahre schon wieder genauso schlecht wie immer. Dabei hätte ich jetzt eigentlich gedacht, ich bin gestern ein bisschen besser geworden. Aber, nee. Nee, doch nicht. Weil ich habe das Spiel heute Morgen schon mal wieder so ein bisschen für mich online gespielt. Aber, jetzt kommt die übliche Ausrede, die man dann so bringt in so einem Fall. Aber ich merke es auch ganz deutlich. Sobald ich streame, habe ich nicht mehr so das perfekte Bild. Also, das läuft nicht mehr so ruckelfrei. Also, das sieht jetzt alles ein bisschen ruckeliger aus als sonst. So, und jetzt, das liegt nämlich cool. Und da ich das gestern, ah, scheiße. Da ich gestern ziemlich viel dieses Game gezockt habe, dürfte es auch so sein, dass ich ein bisschen besser geworden bin. Oh, geil, wir haben auf 1 die Hupe. Das ist cool. Da können wir ja theoretisch, also, jetzt kann uns nichts mehr passieren. Wir sind erstmal auf 1 safe, außer es kommt ein Blitz. Aber, nee, beim Blitz behält man das Item leider nicht. Wollte gerade sagen, dabei halten wir ja das Item. Aber das stimmt ja gar nicht. Das stimmt ja gar nicht. Da verliere ich ja auch die Hupe. Mann. Wäre jetzt cool, wenn eine Blue Shell kommen würde, weil dann könnte man das mal direkt zeigen, dass man die einfach weghupen kann. Wie oft kriegt man die Gelegenheit, ne? Also, ich kann euch sagen, bis jetzt nicht sehr häufig. Absolut nicht häufig. Ich weiß noch nicht mal, ob ich das überhaupt schon mal gemacht habe. Eine Blue Shell einfach weggehupt. Ich glaube fast nicht. Naja. Ansonsten, wie findet ihr diese Strecke? Also, ich muss sagen, grafisch ist es für mich, glaube ich, so die hübscheste. Sauber, Wollo. Sauber. da runter zu fallen. Das war mehr als clever. Wunderschön. Wunderschön. Oh, nö. Jetzt musste ich das Ding weghupen. Das ist doch scheiße. Alles scheiße. Es läuft wieder nichts, wie ich mir das vorgestellt habe. Mann. Und das, obwohl ich meine echt coolen Wario hier habe. Also, in Mario Kart 8 soll Wario sozusagen der wahrscheinlich schnellste Charakter sein. Zumindest behauptet man das jetzt noch. Ich bin mal gespannt, ob man das auch so beibehält. Und nicht, dass da neue Erkenntnisse noch in den nächsten Tagen kommen und man sagen wird, ey, Rosalina ist doch am besten, die ich halt immer noch nicht freigespielt habe. Es wäre schon geil. Ich meine, wenn man den ersten Platz hier in einem Cup schafft, bekommt man ja auch einen neuen Charakter. Von daher, wäre es schon ziemlich cool, wenn wir das mal packen würden. Weil sonst, ja gut, ich muss es irgendwann nochmal spielen. Scheinbar. Weil gestern im Online-Modus habe ich ziemlich viele Münzen gesammelt und das hat mir auch ein paar neue Kart-Teile und so gegeben. Aber ein Charakter? Nicht. Knochen-Trockendünen. Die neue Wüstenstrecke. Auch eine hübsche Strecke. Vor allen Dingen bei diesen Lichtverhältnissen. Das ist sehr hübsch. Und es spielt sich eigentlich nicht wie so eine typische Wüstenstrecke. Also wo ich sie auf jeden Fall das eine Mal gespielt habe. Ich habe sie glaube ich wirklich erst ein oder zwei Mal gespielt. Da fand ich die gut. Und normalerweise bin ich jetzt auch nicht so der allergrößte Fan von solchen Wüstenstrecken. Diese Stelle erinnert mich ganz stark an Diddy Kong Racing. Das hat nämlich so genau diesen Flair, den Diddy Kong Racing an der Stelle hat. Und das ist geil. Ich bin noch nie an dieser Brücke lang gefahren. Das sollten wir vielleicht auch mal machen. Ist das ein Bowser-Kopf? Jo. Und da oben komme ich nicht hin. Wollo, krass. Offroad. Guck mal. Du sollst doch... Nein. Da sollst du nicht langfahren. Oh oh. Gute Offroad-Werte hatte ich aber auch glaube ich noch nie gibt. Werden die überhaupt angezeigt? Fragen über Fragen hier wieder. Mensch. Ich denke du hast das Spiel ein bisschen gespielt. Du solltest doch jetzt langsam mal Bescheid wissen über das Wichtigste im Game. Ja. Das geht so, ne? Ich bin immer noch in der Einarbeitungsphase. In der Einarbeitungsphase. Aber der erste Online-Part ist unter anderem auch schon aufgenommen. Und... Der lief besser. Ja. Durchaus. Komisch. Komisch, komisch. Wahrscheinlich weil ich da keine paar hundert Leute im Nacken habe, die gerade mitzugucken. Das ist irritierend. Das könnt ihr mir glauben. So, komm. Komm. Hoch, 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 hoch. Ne, das ist glaube ich echt nur wenn du einen Pilz hast. Anders kommt man da nicht ran. Oh, die ist dichter als ich dachte. Wesentlich dichter. Ja. Ja. Warum packe ich auch den Panzer weg? Äh, den Panzer. Die Banane. Warum packe ich sie weg? Das war ja auch doof. Drei Pilze. Hm. Ich weiß gar nicht, ob... Ja, gut. Es ist schon eine Abkürzung, ne, aber das ist nicht so so krass, dass es was dass es was bringen würde. Ja, es geht. Das ist immer noch immer noch so eine Sache in diesem Spiel. Ich habe noch nicht wirklich das Gefühl, dass irgendein Item oder irgendeine Abkürzung wirklich einen krassen Effekt hat. Und wieder fahre ich nicht da lang. Ja, aber die Kurve kommt doch... Die kommt so plötzlich. Die kommt so plötzlich, wenn man da rüber will. Ist ja... Nein, jetzt habe ich das Item weggepackt, weil ich was Neues wollte, was Besseres und... Ja. Die Strafe kommt direkt, oder? Jo. Jo. Da sind die Geier schon. Da sind die Geier. Wenn wir zwei erste Plätze haben, ist die Sache fast geritzt. Yes. Sehr gut. Ja, acht Punkte Vorsprung. Das läuft. Das gibt einen neuen Charakter, Leute. Das verspreche ich euch. Und wenn wir einen neuen Charakter kriegen, dann können wir den schon im nächsten Part spielen. Das wäre cool. Ich bin... Ja, das klappt. Das klappt auf jeden Fall. So. Was war die dritte Strecke? Bausers Festung, oder? Ja, Bausers Festung. Bausers Festung. Wie ist geil. Regenbogen kommt ja auch noch. Von Bausers Festung bin ich in der Regel nie überzeugt. Also, anfangs. Also, wenn es eine neue Bowser-Festung gibt, also, die neue finde ich immer erst doof irgendwie. Fragt mich nicht warum. Aber ich finde sie, ehrlich gesagt, immer scheiße am Anfang. Vielleicht einfach, weil die schwierig sind. Und, äh, wenn dann aber eine Bowser-Festung mal geremaked wird, wie zum Beispiel N64-Bowser-Festung in der Wii-Version, dann fällt das mit unter meine Lieblingsstrecken. Weil, ja, weil es einfach so ist. Weg da. Aber bei dieser Strecke ist es ein bisschen anders. Also, die habe ich das erste Mal gespielt und fand sie eigentlich sofort geil. Es passiert einfach ziemlich viel, aber es ist aber nicht so gefährlich. der ganze Kram hier. Das könnte man auch mal sagen, ne? In Mario Kart Wii sind eigentlich so die ganzen Sachen, die am Rand passieren oder halt Stellen, die dich stören können, stören viel mehr als hier. Ich meine, hier ist das größte Problem, nicht gegen eine Wand zu fahren. Das ist halt so das, was du in Mario Kart Wii gar nicht hast. Aber dafür behindern dich die Sachen auf der Strecke nicht. Twomps in diesem, in dieser Twomp, in den, äh, Twomp-Ruinen da. Kaum stören, das Ding hier. Wie soll mich das aufhalten? Ich bitte euch. Das hat auch gar keine Chance. Das Teil auch nicht. Hier, der Bowser, ja, der könnte gefährlich sein. Wenn er denn will. Ja. Ah, ne. Das kommt davon. Das kommt davon. Ja, das kommt davon. Man hat es gesagt, das darf man nicht. Das darf man nicht. Klare Sache. Fällt dir ein. Fällt dir denn auch ein? Oh, der Boomerang. Der Boomerang, der Boomerang ist mittlerweile geil. Wenn ich online spiele und ich sehe, jemand hat hinter mir den Boomerang, dann weiß ich sicher, okay, der wird dich gleich own. Der wird dich gleich sowas von ownen online. Hier im normalen Modus klappt es nicht so gut. Die Computergeräte sind einfach zu gut. Einfach auch besser als ich. Ganz deutlich. Aber im Online-Modus weiß man da auch, die machen mich platt. Aber ich, äh, treffe tatsächlich auch viele Leute mit dem Boomerang. Ja. Halten wir das mal fest. Hat man hier jetzt wieder nicht gesehen, aber hey. Insgesamt ist es halt so. Mann. Die, die scheiß Rampe nicht. Kein vernünftigen Stunt. Kein gar nichts. Oh, shit. Oh, aber außerdem macht die Hand weg. Danke. Wir sind Dritter. Das kann noch was werden. Das kann noch was werden. Die auch einigermaßen was kriegen. Einigermaßen. Oh, ja, sauber. Eine Banane. Schutz. Ein guter, Alter. Schutz. Kann helfen. Oh. Nee, ich brauche eine relativ gute Position, denn die Regenbogen-Boulevard-Strecke ist diesmal echt heftig. Gut. Zweiter Platz. Das, äh, wer ist erster geworden? War das Cooper? Ja, scheiße. Ausgerechnet. Ja, aber der Vorsprung mit fünf Punkten ist noch okay. Gut. Damit werden wir Regenbogen-Boulevard wohl schaffen. Würde ich jetzt mal behaupten. Hm. Hoffe ich zumindest. Lade. Schneller. Die Regenbogen-Boulevard-Strecke war ja auch, äh, wurde ja auch sehr kritisch gesehen. Anfang. Am Anfang. Zumindest habe ich das so, so mitbekommen. Weil ich sehr viele Leute halt auch gefragt habe. Ey, Wollo, was hältst du denn da von, von der Regenbogen-Boulevard, vom Regenbogen-Boulevard? Was hältst du davon? Habe ich noch so gesagt? Ja, muss ich erst mal fahren, ne? Keine Ahnung. Solange ich es nicht gefahren habe, möchte ich da eigentlich auch nicht viel zu sagen. Aber, also ich kann bis jetzt sagen, ich finde die eigentlich ganz gut. Ich wüsste jetzt nicht, was ich da groß zu meckern hätte an diesem Regenbogen-Boulevard. Viele meinten, die ist eventuell zu leicht. Aber, das haben die ja auch gesagt, bevor sie sie jemals gespielt haben. Und, ich finde die alles andere als leicht. Also, die ersten Male, wo ich, wo ich das Ding gefahren habe, das war eine, riesengroße Katastrophe. Und ich will ja nicht in seinen Pilz geraten da. In Daisys Pilz, wenn ich in Daisys, ja, seht ihr? Seht ihr? Schafft das erstmal. Schafft das erstmal vernünftig. Dann kannst du meckern, dass die Strecke zu leicht ist. Weil, ich möchte mal bezweifeln, dass irgendjemand hier beim ersten Mal durchkommt, ohne getroffen, oder, was heißt getroffen zu werden? Ohne runterzufallen. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Wie im Leben. Außer man fährt mit dem Bike und ist schon relativ geübt mit dem Bike. Mit dem Bike dürfte das ja echt leichter gehen, weil, naja, ja, schade. Weil, ihr seht's ja, Wario driftet ja ziemlich weit nach außen und dann, ja, hast du gelitten. Weil er einfach so krass am Driften ist, dass er, dass er aus der Kurve rausfliegt. Das finde ich auch noch ein bisschen, finde ich momentan noch ein bisschen nervig. Ist noch ein bisschen Gewöhnungssache, aber das, das soll wohl. dieser Charakter hier, der Charakter hier, der Charakter hier, also Wario, mit dieser Kombination, wird übrigens voraussichtlich erst einmal mein Main werden. Ja, den werde ich erst mal durchgehend benutzen, online, um damit erst mal gut zu werden. Fuck. Und wenn ich damit dann gut bin, dann können wir über was anderes sprechen. Wobei, ich kann die Bikes auch noch mal testen. Wir testen gleich noch mal. Nehmen wir noch mal irgendwas mit Bike. Schauen mal, was das dann gibt. Weil, es ist halt, die Bike sind halt krasse Gewöhnungssache. Hier ist halt gut, aber driftet zu weit raus. Dieser Strecke, echt nicht gut geeignet. Vielleicht dachten sie sich auch diesmal, okay, bei diesem Regenbogenboulevard muss unbedingt das Bike im Vorteil sein, weil beim letzten Mal auf der Wii war es ja, das Kart, das im Vorteil war. Eine der wenigen Strecken, wo das Kart tatsächlich wirklich im Vorteil war. In MKB. In Mario Kart 7 habe ich keine Ahnung, wie man Regenbogenboulevard fährt. Ich bin nicht einfach, da bin ich richtig, richtig übel, scrappy, schlecht. Brems! Ich habe doch sogar gebremst, man. Und selbst damit schaffe ich es nicht. Um diese krasse Kurve. Hasse es. Ja, sauber, 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 sauber. Jo, Pokal versaut, wunderbar. Fünf Punkte Vorsprung gehabt und es verkackt. Das macht mir bitte nach. Wer das hinkriegt, darf ein Beweisvideo einschicken und zeigen, hey Wollo, ich bin genauso schlecht wie du und schlechter und ja, toll. Zweiter Platz, sauber. Aha. Nun gut. Verkackt. Kommt jetzt ein Abspann? Es könnte gut sein, oder? Es könnte sehr gut sein, dass jetzt ein Abspann kommt. Ich meine, in Mario Kart ist doch eigentlich so normal, dass dann ein Abspann kommt. Schauen wir mal. Der Silber, ne? Und, gibt das irgendwas? Nein. Du hast 750 Münzen gesammelt. Ein neues Fahrzeugteil ist nun verfügbar. Ja, ihr seht schon, ich bin Münztechnisch echt fleißig. Und es kommt kein Abspann. Das ist sehr gut. Dann sehen wir uns im nächsten Part, Leute. Bis dann und ciao.